Ja, willkommen zurück zu Mario Kart Wii. Heute geht's weiter, wieder mit der 150er Klasse. Welchen Charakter fahren wir denn heute mal? Das ist die gute Frage. Wie nehmen wir denn heute? Donkey Kong haben wir jetzt schon zweimal gehabt. Yoshi haben wir jetzt auch schon zweimal gehabt. Kommen wir nehmen... König Buu. Genau, König Buu, den können wir doch nehmen. Das finde ich eine gute Idee. Okay, und dann fahren wir doch noch mit der Schnuppe. Schnuppe, Schnuppe. Mal gucken. Ich glaube, die ist aber auch weit drittend. Aber gut, wir werden es überleben. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, Daisys Pistol. Again. Dann wollen wir doch mal loslegen hier, ne? Als großer Charakter werden wir doch bestimmt irgendwelche Chancen haben, ne? Na, aber wir haben Knochen trocken weit beiseite geschmissen. Oh, komm. Gib mich hier zwischen. So, einmal. Doch, die ist weit drittend. Die ist weit drittend, die Schnuppe. Und das hat Luigi getroffen. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, die Banane geht da hin. Und dann fahren wir stattdessen am schönen Grade mit Wheelie. Hier, das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. So, okay. Dies. Was soll das denn? Was soll das denn? Na ja, gut. Wups. So, Mario ist auch ausgewichen. Alles klar, weiß ich nicht. Hast du irgendwo nochmal ein Glück gehabt, Mario, ne? Wie du das auch nur mit Standortbike-Card fährst, ne? Auch gut für mich. Gut. Okay, letzte Runde. Auf jeden Fall mit König Buu. Liegen wir auf jeden Fall schon deutlich stabiler in der Bahn, als zum Beispiel mit eben, ähm... Im letzten Part. Mit Yoshi. Komisch. Also auch eben weiter vorne die ganze Zeit, ne? Das ist merkwürdig. Da kommen wir, da können wir... Ja. So. Gut. Das heißt, jetzt einen Meter ins Ziel rollen. Wunderschön. Das heißt, wir haben gewonnen. Und wieder mit Abstand. Das ist ja schön. Das heißt, dann können wir auch gleich weitermachen. Zeig die nächste Strecke. Her damit. Her damit. Her damit. Was war das überhaupt nicht? Achso. Kuba Kaba. Alles klar. Das ist immer der Moment, wenn man weiß, insgesamt was für Strecken es überhaupt im Spiel gibt. Aber nicht, wann sie genau rankommen. Auch wenn man die ganzen Strecken jetzt schon ein paar Mal gefahren ist. Äh... So, Baby. Frau soll ich es auch gerne haben. Oh, wir haben ja gerade einen Pilz bekommen. Das war auch sehr schön. Hab mich wirklich sehr gefreut. Hab mich sehr gefreut. Ah. Super. Ciao. Gut. Nein. Mach. So ein Mist. War wir getroffen? Er macht denselben Fehler wie wir. Auch nicht schlecht. Gut. So. Bananen einfach mal so. Da hinlegen. Und dann haben wir jetzt Rot als Schutz. Auch nicht schlecht. Und das Gemüse fahren sollte man nicht. Überhaupt nicht. Das ist absolut schlecht. Absolut. Gut. Gut. Doch nicht. Aber irgendwie durften wir die Position zeitweilig behalten. Warum mache ich sowas? Warum trifft er nicht? Das war schon wieder riskant von mir, ne? Gut. Lass sie treffen. Nein. Hier auch nicht. Das wischt ihr euch jetzt eigentlich ein hier. Na, Luigi. Okay. Ah, hast du noch mal Glück? Hast du noch mal ein doppeltes Glück? Gut. Gut. Sehr gut. Das heißt, dann einfach nur sichern. Keine riskanten Sachen machen. Und was kriegen wir noch zum zweiten Schutz? Okay. Mogelpackung. Naja, immerhin, ne? Schauen wir mal. So, schon mal einmal. Zweimal vorbei. Heißt nur noch zwei, ne? Zwei Stück, denen wir ausweichen müssen. Okay. Kusses Stück Turbo. Nein, sowas hole ich mir nicht mehr rein. Ah, schade. Ich will reinfallen. Ich will reinfallen. Aber nein. Das darf nicht. Das will nicht. Nein, dann nicht. Okay. Nächstes Rennen. Nächstes Rennen. Nächstes Glück. Machen wir. Machen wir. Glätterwald. Okay. Und ich glaube, danach kommt Vulkan Grollen. So. Hä? Warum? Wie fließt du ab? Frengheit. Schöne Seite. Wow. Okay. Na, schauen wir hinten. Ja. Was sage ich immer so bei Mario Kart 8? Richtig. Die letzten werden die ersten sein. Ah. Das kriegen wir auch noch ganz bestimmt hin. Ah. Vielleicht nicht so, aber... So ähnlich, ne? Na, guck mal, liegen wir ja schon mal ganz gut vor. Na, auch das noch. Wie eine Wolke. Ah, bitteschön. Ah, bitteschön. So schön. Wunderschön. Das will ich so haben. So lobe ich mir das. Wie schon wieder. Ah, wenigstens wurde ich natürlich nicht aufgehalten. Also nicht noch mehr als sonst. Mach keinen Mist, Donkey Kong. Ja, gut. Wo war das noch? Sehr schön. Na, Luigi? Luigi, ne? Willst du mal getroffen werden? Na, guck mal. Da haben wir endlich mal den Film. Da können wir diese Abkürzung ja mal offiziell in den Weges nehmen. Na, ist er sehr schön. Na, da ist er ja. Oh, muss ich so noch richtig fahren. So. Zweiter Platz jetzt vor uns. Vor uns ist nur noch Mario. Na, der ist aber auch nicht weit vor uns mehr. Huch. Ah, ja. So. Okay. Das heißt, nur noch hier noch eine Banane. Und dann behalten wir noch mal zum Schutz den Panzer. Den letzten Meter laufen. Oder fahren. Kommen. Okay, wunderschön. Da haben wir es ja noch geschafft. Wunderbar. 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 Gut. Das heißt, dann gibt es ja jetzt auf jeden Fall noch den nächsten Strecke. Den nächsten Strecke. Vulkangräu müsste das tatsächlich sein. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und. Tatsächlich. Es ist einfach auch so, dass die anderen Strecken, die sind jetzt auch schon wieder über eine Woche her, dass ich die aufgenommen habe. Und dann ist mein Arbeitsalltag auch so. Es gibt andere Sachen, die man muss sich viel mehr merken, als so eine Reihenfolge von den Strecken her, die sie genau im Cut dran kommen. Besonders, ja. Und so habe ich jedes Mal aufs Neue, das neue Erlebnis, was denn jetzt auch mal als nächstes kommt. So, einmal. So, zweiter Platz. Da vorne ist Luigi. Da vorne war Luigi. Nein, nicht war Luigi, sondern war Luigi, ne? Das muss wichtigste unterscheiden. Gut, so. Da biebt schon wieder alles hier. Alles beginnt zu beben, alles beginnt zu beben. Können wir leben. Das macht auch cool. Das ist auch wohl cool. So, wenigstens hat mich das nicht erwischt. Mario. Ich habe eine dreifache Banane. Okay. Holt! Links oder rechts? Wir fahren rechts. Wir fahren nach rechts. Knapp. Wann, da wäre es bergab gegangen? Okay. So. Gut. Halten wir uns. Mario und Luigi sind weit, weit hinten. So, gut. Aber das Item ist nicht ganz so gut. Und hier tobt der Bär. Aber wir, wir schaffen es. Guck mal, wir schaffen es doch. Wunderbar! Luigi ist das Letzte. Auch gut. Aber gut, Luigi ist auch gar nicht unser Gegner, sondern eher so Mario. Aber die sind alle hier so weit, ja, schlecht. Wie soll ich es anders sagen? Schlecht. Okay. So. Auch wieder den Pokal haben wir geschafft, bekommen und geschafft. Das heißt, was gibt es als Neues? Eine Speziale Cup. Wunderbar. Und? Das Bike für leichte Charaktere. Den Quack, Quack. Alles klar. Quack, Quack. Kriegen wir. Machen wir. Wunderbar. Und das heißt, das war es wieder mit Mario Kart Wii. Bis dahin und ciao. Bis dahin und ciao.